Die Sängerin und ihr Liebster, Bandkollege, 34, posteten im September. September 2017 die freudige Ankündigung, dass sie ein Kind erwarten würden. Mit Babel Bauchpicks während ihrer Schwangerschaft hielt sich die 33-Jährige zurück. Nun ist die Zeit des Versteckspiels vorbei, Stefanie zeigt ihr Neugeborenes einen Jungen. Hallo ihr Lieben, beginnt der aktuelle Post auf dem offiziellen Instagram-Account von. Glücklich und geschafft wollen wir heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist, verkündeten Stefanie und Thomas. Dem Beitrag schmückt ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem drei Hände zu sehen sind, von Mama, Papa und ihrem kleinen Babyboy. In weiteren Zeilen bringen die neue Eltern ihre Freude über ihren Nachwuchs zum Ausdruck, wir kriegen das Strahlen aus dem Gesicht, aber die Augenringe wahrscheinlich auch erst einmal nicht. Sie würden sich auf das freuen, was komme und sie wünschen sich für ihren Worneproppen eine möglichst private und normale Kindheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017